Bekommen nur Bestandsrentner ab dem 01.07.2023 die neue Rentenerhöhung oder auch Neurentner? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. Sie sehen es im Hintergrund, es gibt zum 01.07.2023 eine Rentenerhöhung. Im Westen 4,39% und im Osten 5,86%. Und wir haben dankenswerterweise, das finde ich also wirklich sehr, sehr befriedigend, endlich mal einen einheitlichen Rentenwert von 37,60 Euro für Ost und West. Das ist eine feine Sache, da haben wir dieses Problem auch mal gelöst. Ja, meine Damen und Herren, und jetzt die ganz spannende Frage, wer bekommt denn nun eigentlich die Rentenerhöhung? Sind es wieder nur die Bestandsrentner oder ist es vielleicht auch der Neurentner oder die Neurentnerin? Also praktisch diese Rentnerin oder der Rentner, der nicht am 01.07. schon eine Rente hatte oder hat, sondern zum Beispiel zum 01.10.2023 in Rente geht. Unzweifelhaft ist es so, dass Bestandsrentner, die eine gesetzliche Rente beziehen und diese am 30.06.2023 auch noch beziehen, dass diese dann die Rentenerhöhung bekommen. Gar keine Frage. Aber auch Neurentnerinnen und Neurentner, die ab dem 01.07.2023 eine Rente bekommen oder später die Rente bekommen im Jahr 2023, werden auch von den neuen Rentenwerten profitieren. Es ist gesetzlich so vorgeschrieben, dass bei Neurentnern, deren Renten neu im Jahr 2023, also nach dem 30.06.2023 Beginn, die in der Rente festgestellten persönlichen Entgeltpunkte mit dem aktuellen Rentenwert vervielfältigt werden. Und der aktuelle Rentenwert ist am 01.07.2023, das merken Sie sich bitte, 37.60. Und zwar für Ost und West alles gleich. Also, Sie merken sich, Neurentner und Bestandsrentner bekommen, haben Anspruch auf die neuen Rentenwerte ab dem 01.07.2023. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen wie immer und herzlichst vor allen Dingen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.